Das Konzept MLOps ist noch nicht so verbreitet, wie es das verdient, denn es bringt so viel Mehrwert für Unternehmen. Zum Beispiel verbesserte Effizienz. MLOps beseitigt unnötig manuelle Schritte und automatisiert sich wiederholende Aufgaben, wodurch der gesamte Prozess effizienter und zuverlässiger wird. Dies trägt dazu bei, Entwicklungszeit und Kosten zu reduzieren. Punkt 2. Versionskontrolle. MLOps bietet Versionskontrolle für Modelle und Daten von ML. Dadurch können Unternehmen die Änderungen nachverfolgen und das Modell bei Bedarf sogar reproduzieren oder zurücksetzen. Automatisierte Bereitstellung. Wir hatten es mit den Pipelines gesehen. Unternehmen können maschinelle Lernmodelle durch die Implementierung von MLOps viel schneller bereitstellen. Punkt 4. Verbesserte Zusammenarbeit. Es ermöglicht eine nahtlose Kommunikation mit verschiedenen Teams. Gerade zwischen, sagen wir mal, Data Scientists und Softwareentwicklung. Die können komplett andere Sprache sprechen. Deswegen ist es sehr, sehr gut, MLOps einzusetzen. Und nicht zu vergessen die schnellere Wertschöpfung. Mit MLOps können Unternehmen ihre Projekte für maschinelles Lernen viel schneller umsetzen, was zu einer kürzeren Wertschöpfungszeit führt. Zusammenfassend die fünf wichtigsten Punkte dieses Videos. MLOps steht für Machine Learning Operations und beschreibt die Inbetriebnahme oder das Deployment eines Modells. MLOps ist weniger eine einzige Technologie als eine ganze Sammlung verschiedener Strategien. Technologisch realisiert man das meistens mit automatisierten Pipelines, an deren Ende dann das Deployment des Modells steht. Und im Falle einer Modellverbesserung wird das alte Modell durch das neue Modell einfach ausgetauscht. Zusätzlich zum Deployment muss man auch darauf achten, dass das Modell selbst Stress, sprich viele Anfragen, standhält. Das heißt, hier sind wir schon in einem Bereich, der weit über Machine Learning selbst hinausgeht. In der Softwareentwicklung ist die Versionskontrolle ein essentieller Bestandteil. Das Mittel der Wahl ist hier meistens Git. Gerade wenn man Machine Learning produktiv einsetzt, kommt man aber auch an Versionskontrolle nicht vorbei. Nicht nur für Code, sondern auch für Daten und Modelle. Vor allem zwei Tools will ich dir an die Hand geben und zwar LakeFS und MLflow. Beide sind Open Source und mit sehr geringem Aufwand einzusetzen. Zum Versionieren deiner Modelle kann ich nur MLflow empfehlen. Damit hat man immer eine komplette Übersicht über alle eingecheckten Modelle inklusive der Performance-Metriken wie Accuracy oder F1-Score. Dann siehst du z.B. dein Random Forest hat mit den und den Daten eine Accuracy von 0,96 abgeschnitten. Das siehst du dann einfach in dieser Übersicht. Zum Versionieren deiner Daten auf der anderen Seite kann man LakeFS verwenden. Das klingt erstmal komisch, aber auch die Datengrundlage müssen genauer kontrolliert werden. Was ich jetzt hier ganz nett finde, ist, dass LakeFS ein Git-Interface über deine Daten linkt, sprich Commits, Branches, Merges und so weiter. Damit ist nachvollziehbar, welche Änderung an den Daten zu einer Verbesserung oder einer Verschlechterung eines Modells geführt hat. Meine Aufgabe jetzt an dich. Bau dir doch mal eine kleine Pipeline, die wie folgt aussieht. Also entweder kannst du das auf dem Papier machen oder du nützt einfach die zwei Tools, die ich dir genannt habe. Es passiert folgendes. Neue Daten stehen plötzlich verfügbar und die Pipeline wird wie auch immer automatisch gestartet. Erster Schritt. Die neuen Daten werden in LakeFS eingecheckt. Mit dem geänderten Datenset wird jetzt ein kleines Demo-Modell gestartet und getrainiert. Das ist einfach ein kleines. Das ist gar nicht so interessant, was das genau macht. Einfach ein kleines Modell, was mit den Daten trainiert wird. Wenn jetzt am Ende dieses neue Modell besser ist als das alte, dann registriere dieses neue Modell in MLflow. Wenn nicht, dann lass es einfach weg. Dann mach einfach gar nichts. Und diese Pipeline, die kannst du immer und immer und immer wieder wiederholen. Probier das gerne mal aus. Falls du Fragen hast oder uns du einfach mitteilen willst, wie deine Implementierung aussieht oder uns du einfach da was erzählen willst, dann schreib uns gerne in den Kommentaren.